Hallo aus Berlin, Sitzungswoche und die würde ich diesmal titulieren. Das ist meine Sitzungswoche und mit vielen Treffen der Botschaften. Ich treffe den israelischen Botschafter, ich treffe den Botschafter der Ukraine und ich bin auch in der Botschaft des Kosovo. Ihr merkt, alles drei Länder, wo gerade momentan viel los ist, wo unsere Gedanken, aber auch unsere diplomatische Hilfe gefordert ist und deswegen bin ich gespannt auf die Unterredungen und hoffe, gerade diese Krisen werden auch zum guten Ende geführt. Ja, was ist noch? Ich freue mich aufs Besuch aus Bamberg. Der Handwerkskammerpräsident Matthias Grasmann und sein Geschäftsführer Herr Bauer kommen hier auf Einladung des Wirtschaftsklubs der SPD nach Berlin. Da gibt es im Handwerk mit Sicherheit auch viel zu besprechen. Ansonsten natürlich Haushalt, das zentrale Thema. Viel Arbeit, noch viele offene Fragen, viele Fragezeichen. In diesem Sinne euch eine schöne Woche und alles Gute.